ja jetzt haben wir das rätsel machen da rechts oder war das briefmarkenrätsel hier super freue ich mich scheiße info links ordne die münzen so an dass die anzahl der münzen im rohr dem wert der jeweiligen briefmarken entspricht jetzt geht doch noch oder zehn hier oben kann ich wie kann ich die dann wahrscheinlich kannst du mit dem alles drehen bringt mir nichts doch weil du mit dem hier dann die tauschen kannst ach so kann man sie runter lassen okay gar nicht so schwer 10 cent das heißt die 10 cent müssen raus und dahin das sind 20 also müssen da noch mal einer raus jetzt noch mal zweimal ach so das geht dann ist unten machen wir jetzt ein 10 cent stück rein also 15 stück und sind jetzt fehlen da jetzt fünf ich glaube wir haben es am anfang schon nie falsch gemacht ne man muss es ein bisschen hin und her schieben da müssen wir noch ins raus zum beispiel da kann ich jetzt noch mal einen raus machen du hast schon oh das ist für den barbieren schlüssel für hier mhm ob ich deine form schon erkannt mhm ok mhm mhm ja mit bloßen händen mhm ja mhm mhm ja aber ich weiß nicht nicht mehr zu machen ja mhm mhm ja mhm ja mhm mhm ja ja mhm Ähm, die Bürste. Ah, ähm, die Fensterscheiben sauber machen. Hm. Oh Gott. Schon irgendwas? Nö, für die Scheibe brauchen wir irgendein Merkzeug. Kann man da oben machen? So. Wir müssen nach... ...da nicht. War das nicht eigentlich da, wo du schon stehst? Warte. Hier, warte. Dann ist es eins zurück. Brauchen wir dafür nicht nur Wasser? Nein, nein. Oh, eine Katze. Eine Alienkatze. Ja, Micky. Micky. Hinterm Glas eine Katze, vielleicht kann sie mir helfen, das Fenster zu öffnen. Nein. Dafür brauchen wir aber Fisch. Katzen sind nicht so schlau. Oder das Schmetterling. Mit dem Schmetterling hier hin. Kannst du... ...ein Schmetterling mit dem Magnet? Oder... Was ist das überhaupt? Oder Knopf? Ja, was ist das denn eigentlich da, die ganze Zeit? Autofenstersteuerung. Zum Auto? Hä, das Polizeiauto? Kann man es damit steuern? Das ist ein Polizeiauto. Das da. Oder dieses Auto. Das ist aber nicht Polizeiauto. Das ist irgendwas. Aber es ist ein Auto. Äh, ein Fenster. Hä? Hä? Okay, ist es nicht wie dieses Auto gedacht, oder was? Rütteln, irgendwie so mal rütteln. Warum sagen die dauernd rütteln? Ich kann ja nicht rütteln. Nee, kann schon nicht. Rütteln ist gemeint mit der Seilwinde, wirst du es abziehen müssen. Ja. Das kann ich mir schon so denken. Die Seilwinde, da fehlt ein Seil und dann macht's buff. Das hilft mir jetzt für was? Flasche mit Wasser? Für die Katze? Gibt's, was sie brauchen. Probier's. Das hilft mir, die Katze mit dem Wasser. Für die Durst? Über den Knopf versuchst du das Wasser zu machen. Über den Schmetterlinge. Ich hätte eher gedacht, vielleicht ein Fisch. Wollen wir da drüber noch mal? Wasser, 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 Wasser. Schweres Wasser ist nicht schwer. Vielleicht doch, nein. Hier Wasser? Nein, das kommt nicht rein. Wasser bestäuben, da gibt's einen kurzen. Und unten, den Köliband? Ja. Ich werd jetzt mal runter extra dafür. Ne, wobei, wenn kein Strom ist. Magnet ist schwer. Ja. Ich hab grad Barbie-Laden gelesen. Ähm. Ja. Katzenminze? Minze, ja. Die Minze. An den Griff. Aber geht auch nicht. Das geht. Kann man das mit, glaub, eigentlich noch verbinden? Ich glaub, im Inventar verbinden. Geht, glaub ich, noch gar nicht, hab das Gefühl. Okay. Ah, jetzt mit der Minze. Bei dem Schmetterling? Klar. Müssen wir mal mit meiner probieren. Ja, klar, als ob die's machen. Funktioniert, glaub ich, aber nicht so. Nicht annähernd. Was ist das denn? Ach, Gewicht? Ach, das ist Gewicht für den Ding. Okay. Das ist ein Elch. Der zum Glück nichts will. Ein Käfig. Hoch! Wie, mein, hier ein Hamster. Ohne sein Rad. Ja, glaub ich auch. Ich weiß, wo wir ein Rad herkriegen. Ein guter Rad ist teuer. Hehehe. Guck mal was anderes jetzt. Ob alles andere was anderes klicken kannst. Hier drin. Natürlich. Also, nicht. Okay. Wir brauchen das Rad aus dem Käfig, das wir aufbiegen müssen. Im Haus. Und was hilft mir das, wenn das dann radelt? Dass das aufgeht und du das kriegst. Das, ja. Bättchen, sowas aufgedacht, bitte. Big Fish? Da war ja noch was. Das Käfig vielleicht. Ach, da ist die Bume. Das ist die aus dem Barbier und aus dem Fenster, oder nicht? Gerade hier oben wäre noch was. Hm, nein, falsch. Das haben wir noch mal bekommen. Achso, der Gewicht. Nein, da dran. Nein, da dran. Achso. Hm, jetzt nehme ich 10 Uhr. Aber wir brauchen Strom und wir brauchen das Ding. Na, na toll. Das bringt mir jetzt sehr viel weiter. Ähm. Was haben wir noch? Wasser? Minze? Ein Knopf? Oder sowas ähnliches? Oder ein Schlüssel? Oder ein Knopf? Ähm. Kann man den roten Knopf benutzen? Keine Ahnung wo. Keine Ahnung wo. Anscheinend nicht. Ja, mit einem Isolierband tut es mich irgendwie ein bisschen... Oder Wasser drüber. Wenn ich dann einfach das Isolierband dann um hier der Tauchbapp jetzt? Hm. Na, da unten vielleicht? Hm, hm. Wenn es nicht geht, dann geht es nicht. Das würde schon passieren. Draht. Ah, da ist das Band. Okay. Diese Idee war nicht schlecht gewesen. Ja, aber nur an der falschen Stelle. Oh, ja. Kann man die tauschen oder muss man die drehen? Äh, muss man die laufen lassen. Man muss die laufen lassen. Immer nacheinander auf die freie Platz fegen. Das ist ja lustig. Immer auf das klicken, wo sich bewegen kann. Ja, was soll das für einen Sinn haben grad? Drei Stifte muss hier hin. Drei Stifte oben muss hier hin. Ach so, der oben. Verstehst du? Ja. Super. Tolles Rätsel. Also alle, die nach unten gucken, müssen auf einmal schon mal unten hin. Das ist einfach zu merken. Ich schiebe das erstmal so, dass die beiden rechts stimmen. Der stimmt ja anscheinend. Also muss nur noch der Dreier hier hin. Ja. Runter. Verstehen. Den. Moment mal. Das ist nämlich nicht so einfach. Die müssen von Anfang an gleich richtig liegen, sonst funktioniert es nicht. Hm. Nein, nein, nein. Nicht in der Ecke schieben. Den. Jetzt zieh den raus. Weg. Weg. Runter. Den rüber. Hoch. Rüber. Rüber. Runter. Rüber. Okay. Du musst es nicht in dem Eck probieren, sonst funktioniert es nämlich nicht. Okay. Der ganz links oben gehört dazu. Was ist das denn? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Einfach rüber, rüber. Was machst du denn? Weiß ich nicht, aber es funktioniert. Nee, nee, nee. Es muss schon hoch. Rüber. Runter. Ja. Rüber. Rüber. Äh. Wo ich grad. Rüber. Ich würde grad was du machen willst eigentlich. Das brauchst du, gell? Achso. Rüber. Ja. Rüber. Hoch. Nein. Den rüber. Ja, haben wir sie getauscht. Hab ich das eben gemacht. Keine Ahnung, du hast irgendwas gemacht. Ich kann nicht so schweißen, Dinger dabei. Was soll ich raus haben, das soll ich raus haben. Was? Was beide raus haben. Den auch, gell? Ja, den musst du nicht herbringen, sonst funktioniert es auch nicht. Jetzt ist hier aber falsch rum. Ach, nee. Ach. Durchs Spiel. Also nur mit Gucken kann ich das nämlich nicht probieren. Das ist das Problem. Man muss es selber probieren. Die ganz rechts nicht mehr bewegen. Kannst du auch nochmal neu probieren daneben. Rüber. Rüber. Runter. Rechts. Jetzt schiebst du die einmal rüber. Genau. Mal die ganze Reihe durch. Jetzt schiebst du die einmal rüber. Genau. Mal die ganze Reihe durch. Ja. Das wäre nämlich der hier. War schon. Worum schiebst du den so weit weg? Der muss hier hin. Ja. Der kommt da hin. Du schiebst ihn aber ganz weit weg, anstatt so rumzudrehen. Wieso? Im Kreis geht es auch. Ja, aber so brauchst du ewig. Der war ja schon hier. Du hättest ihn hochdrehen müssen. Der war ja schon drei Felder entfernt. Erstmal einen an den Platz bringen. Jetzt brauchst du genau den nebendran. Zweiter Bogen. Du brauchst nur ein Sechserfeld. Haben wir schon rausgefunden. Also den Platz musst du freimachen. Das geht nicht. Mit diesem Sechserfeld kann man das lösen. Das haben wir schon zweimal gemacht. Ja, dann mach du hier. Dann geb ich hier den Laptop und dann kannst du probieren. Ich brauch eine Maus. Aber es geht nicht mit dem Touchpad. Wir brauchen die beiden, die jetzt nebeneinander liegen. Wir brauchen die beiden. Menschen übereinander. Wo ist falsch rum. Geht der oder ist es der hier? Sind beide gleich oder? Müssen eh hier hin. jetzt hab ich ihn dann runter geschoben ich brauch mal den da ich muss die tauschen ich muss die tauschen ich muss die tauschen ich muss die tauschen das bricht jetzt durch das ist der Rest von dem Kistenrätsel ich freu mich ja bestimmt im Schrank ist was Billardkugel Elefant russische Puppe russische Puppe Weihnachtsmann Katze, oh das sind zwei Katzen Glocke, Ventilator, Wimpel Ventilator Autorad Katze Katze Glühbirne Das ist ne Glühbirne Katze 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 Katze